Hallöchen und herzlich willkommen zu Tag Nummer 6 von Defemeremba, deiner täglichen Ephemera-Inspiration im Dezember. Unser heutiger Prompt lautet Serviette und Tag. Ich bin Luise Heinzel und ich zeige dir gemeinsam mit Barbara von 49 Dragonflies im Laufe dieses Dezembers, wie du dir ganz einfach dein Junk Journal Ephemera mit den einfachsten Mitteln selber machen kannst. Dafür haben wir unsere Defemeremba Prompt Liste erstellt, wie du vielleicht schon festgestellt hast und heute sollen wir eine Serviette benutzen. Ich habe dafür hier erstmal die oberste Schicht der Serviette abgelöst. So eine Serviette besteht ja meistens aus mehreren Schichten und diese klebe ich jetzt mit Hilfe von Mod Podge auf eine handelsübliche Buchseite. Der Sinn, dass man die anderen Schichten ablöst, ist einfach nur der, dass nicht später alles auseinander fällt und außerdem wird das Bild der Serviette dann auch wesentlich klarer, als wenn man die kompletten Schichten aufkleben würde. Das Ganze versiegele ich jetzt hier auch nochmal mit einer zusätzlichen Schicht Mod Podge und um die Überschüsse von diesem Ding hier abzukriegen, also von der Serviette, benutze ich einfach so einen kleinen Wasserpinsel hier. Pinsel da ein bisschen Wasser drumherum, dann kann man das nämlich ganz einfach so abziehen und dann habe ich hier in diesem Fall nur noch dieses Rechteck übrig und dieses teile ich mir jetzt in ein Drittel, zwei Drittel. Also man sieht hier meine Finger, die sind so ungefähr bei ein Drittel und zwei Drittel, also so versteht ihr, wie ich meine. Jetzt markiere ich mir hier ungefähr das linke Drittel, weil ich nämlich aus diesem Serviettenteil zwei verschiedene Dinge machen möchte. Ich möchte zwei verschiedene, ja, Optiken sozusagen erreichen. Auf den rechten Teil, was jetzt zwei Drittel dieses Gesamtdings ausmacht, streiche ich zuerst mit einer Kreditkarte ein bisschen Gesso, um das erstmal großflächig da verteilen zu können. Denn ich möchte hier das Motiv der Serviette in den Hintergrund bringen. Um das Ganze besser verteilen zu können, benutze ich ein feuchtes Baby-Pupo-Abwischtuch und wuschle hier so ein bisschen rum, damit ich erstmal eine komplette Schicht dünn Gesso auf diesen Hintergrund kriege. Dabei achte ich, wie gesagt, darauf, dass ich auf das linke Drittel nichts davon kriege, weil ich später damit noch etwas anderes machen möchte. Dieses wird jetzt sozusagen der Hintergrund für meinen Tag. Das heißt also, ich möchte, wie gesagt, dieses Serviettenbild sehr in den Hintergrund bringen, auch ein bisschen Vintage machen. Dafür distresse ich das hier mal zuerst mit Distress Oxide und diesem Bürstchen, um gleich festzustellen, dass mir dieser Effekt nicht stark genug ist. Aber das wird man gleich noch sehen. Jedenfalls, ja, wenn einem das nicht doll genug ist, kann man hier einfach ein bisschen Wasser noch nehmen, um das Ganze ein bisschen anzulösen. Dann fließt das Ganze so ein bisschen hin und her. Und in dem anderen Sprühfläschchen habe ich einfach Distress Oxide Vintage Photo Refiller mit etwas Wasser vermischt. Und das spritze ich jetzt hier so drauf, sodass dieser braune Effekt einfach noch stärker wird. Diesen ersten Schritt mit dem Bürstchen hätte ich mir eigentlich sparen können, aber das habe ich halt vorher nicht gewusst, ne? Manchmal muss man seine Pläne ändern. Und auf das andere Drittel hier spritze ich etwas goldene Wasserfarbe. Da mache ich jetzt kein Gesso drauf, sondern lasse den Untergrund dieser Serviette einfach so, wie er ist, weil ich hier dieses Motiv ganz klar und deutlich sehen möchte. Aber trotzdem möchte ich es ein bisschen interessanter machen mit diesen goldenen Spritzern. Das Ganze schneide ich jetzt hier vorsichtig mal ab. Dann darf jetzt dieser goldene Teil erstmal richtig trocknen. Und diesen anderen bereits getrockneten Teil, den schneide ich mir jetzt in die Form von zwei Tags. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie groß eure Serviette ist. Ich werde sehr häufig gefragt, ob ein Tag bestimmte Abmessungen hat. Es gibt ja gewisse Dinge im Junk Journal Bereich, die Abmessungen haben, so wie ATC-Karten zum Beispiel. Die haben eine gewisse Größe. Bei einem Tag ist das völlig wurscht. Den kannst du so groß machen, wie du möchtest oder wie eben dein Papier gerade hergibt, was du da zur Verfügung hast. Ich schneide jetzt hier oben noch diese Tag-typischen Ecken rein oder besser gesagt ab. Dafür nehme ich einfach das eine Dreieck hier, was ich abgeschnitten habe, drehe das um und lege das auf die andere Seite als Schablone. So kann ich nämlich jetzt hier die zweite Ecke in dem gleichen Winkel abschneiden wie die erste. Sehr praktisch. Das mache ich natürlich bei dem anderen Tag auch. Und wie man sieht, ist das Ganze noch so ein bisschen zu weich. Also ist ja logisch, es ist nur eine Buchseite und eine Serviette. Das ist noch nicht besonders stabil. Ein Tag ist aber im Regelfall etwas stabiler. Und ich möchte später ja auch auf der Rückseite schreiben können. Also brauche ich da ein bisschen stabileren Untergrund. Dafür habe ich mir jetzt hier dieses Scrapbooking-Papier ausgesucht. Teilweise sind die Motive, also es ist so ein Weihnachtsblock, sehr weihnachtlich. Aber dieses hier ist so ein bisschen winterlich. Die Farben passen ganz gut, gibt einen ganz guten Kontrast. Oder auch zu diesem anderen Grün passt das, finde ich, ganz gut. Ist mal so ein bisschen andere Farbkombination, habe ich gedacht. Jetzt bringe ich das hier mit Prittstift auf dieses Scrapbooking-Papier auf. Wundere dich nicht. Ich klebe das nur temporär fest. Das muss nur so lange halten, wie ich das unter meiner Nähmaschine durchgeschoben habe. Wenn du keine Nähmaschine hast und da nicht drumrum nähen willst, dann würde ich dir empfehlen, das mit etwas stärkerem Kleber aufzukleben. Erst recht, wenn du so ein glänzendes Scrapbooking-Papier hast, wie ich hier habe. Ansonsten wird dir das mit der Zeit wieder abfallen. Prittstift ist ja nicht so besonders eine lange Haltbase. Das fällt manchmal einfach so wieder ab. Aber ich werde da noch drumrum nähen, deswegen reicht mir das hier aus. Achtung, hier kommt der nächste Buchstabe für unser Gewinnspiel. Falls du keine Ahnung hast, von was ich gerade rede, schau bitte unten in die Infobox. Vielleicht ist das hier das erste Video von dieser Serie, was du siehst. Unten in der Infobox sind alle Informationen zum Gewinnspiel aufgeführt. Du kannst da natürlich immer noch teilnehmen. Das geht noch bis zum 25. Dezember. Jo, so. Hier nehme ich jetzt als nächstes nochmal weißes Gesso. Ich weiß, das klingt etwas eigenartig, aber das bringt so einen richtig coolen Effekt. Denn jetzt werde ich hier so eine weiße Fläche erschaffen. Ich weiß, das ist nicht so richtig weiß. Das ist noch nicht. Weil diese, also sagen wir mal eine hellere Fläche, weiß ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Denn ich mische das jetzt hier nochmal mit den darunterliegenden Schichten, um zum einen diesen rechten Bereich jedes Tags etwas hervorzuheben. Und zum anderen, um den Hintergrund noch mehr, also dieses Motiv der Serviette noch mehr in den Hintergrund zu bringen. Und dann nehme ich mir eine letzte Schicht weißes Gesso, die ich jetzt mit einem Spachtel auftrage. Und da wuschle ich jetzt nicht mehr weiß wie hin und her, ne? Also zum einen, weil ich möchte, dass das weiß bleibt und sich jetzt nicht mehr vermischt mit dem, was da unten drunter ist. Also Distress Oxide ist ja wasserlöslich. Also das ist schon ein bisschen gefährlich. Man muss das ein bisschen vorsichtig machen, dass ich das nicht vermische. Und zum anderen möchte ich, dass das so ein bisschen gespachtelt und so ein bisschen künstlerisch einfach aussieht. So ein abstrakter, weißer Strich da so, ne? Ja, könnte man zum Beispiel auch schablonieren, wenn man jetzt diesen, ja, straighten Look nicht mag. Aber ich finde das so ganz cool. Und jetzt spritze ich hier noch ein bisschen schwarze Acrylfarbe, damit ich noch mehr Kontrast bekomme. Und in dem Hintergrundpapier, also in diesem Scrapbooking-Papier sind ja auch einige dunkle Elemente. Und da habe ich gedacht, das passt ganz gut dazu. In der Mitte spritze ich ein bisschen weniger. Und oben und unten in den Ecken spritze ich ein bisschen mehr. Wirst du gleich sehen, warum ich das so mache. Das fügt sich später ganz gut alles zusammen und so, ne? Mit dem, was da jetzt gleich noch drauf kommt. Das muss man natürlich gut trocknen lassen, bevor man weitermacht. Ich lasse Acrylfarbe immer gerne lufttrocknen, wenn ich so Spritzer mache, weil das dann schöner wird, als wenn man das mit dem Föhn antrocknet. Aber wenn man ungeduldig ist, kann man das natürlich auch vorsichtig mit dem Föhn machen. Ding Dong! So, hier hätten wir mal den nächsten Buchstaben für das Gewinnspiel. Ich muss hier mal so ein bisschen auf mich aufmerksam machen, dass ihr das mitkriegt, während ihr aufmerksam zuhört. Ich habe ja gelernt, ne? Vom letzten Jahr, Dezember-Serie und so, habe ich ja gelernt. Ihr habt gesagt, ich soll das ein bisschen auffälliger machen. Also versuche ich das hier. Jetzt schneide ich mir dieses Drittel, was ich da noch übrig hatte, ne? Also mit diesen Goldspritzern, in so kleine Quadrate. Kann man jetzt zum Beispiel Inches draus machen oder einfach irgendein anderes Maß an Quadrat nehmen. Das kommt sicherlich auch darauf an, wie groß dein Tag ist. Ich habe das vorher mir so ungefähr überlegt und habe geschaut, dass das eben einigermaßen harmonisch aussieht, dass das ungefähr ein Drittel so breit ist, wie der ganze Tag breit ist. Das schaut ganz gut aus. Hier sieht man jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie viele von diesen Teilen man da anbringen kann. Ich dachte erst, ich nehme mehr, aber dann habe ich mich doch entschieden, nur vier zu nehmen. Und diese puzzle ich da jetzt sozusagen wieder drauf. Also zwar mit so einem kleinen Abstand, aber so, dass das Motiv in Anführungsstrichen wieder vollständig wird. Und dann nehme ich mir hier meinen allseits beliebten Stabilo All Pen und schattiere diese Quadrate noch ein bisschen. Das ist natürlich optional. Ich weiß, manche von euch hassen schattieren, aber ja, vielleicht gebt ihr mir gleich recht, wenn ihr das seht, wie das aussieht, dass das hier sehr viel ausmacht. Zum einen passt das gut zu den schwarzen Spritzern und zum anderen hebt das diese Quadrate natürlich sehr viel mehr hervor, als wenn man das nicht machen würde. Ich habe das hier sehr unregelmäßig und ja, also so ungleichmäßig gemacht. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich finde das eigentlich ganz schön so. Das habe ich bei dem anderen Tag auch natürlich noch gemacht. Und jetzt mache ich hier oben noch zwei Löcher rein, damit eben diese Tag-Optik noch mehr zum Vorschein kommt. Man könnte da jetzt auch noch so kleine Bänder durchfädeln. Darauf habe ich hier verzichtet. Stattdessen habe ich da so einen kleinen Protektorring dran gemacht. Ich finde auch, es muss nicht immer bei jedem Tag so ein Band oben umeinander baumseln. Aber stattdessen könnte man doch hier vielleicht so kleine Holzbuchstaben aufkleben, oder? Habe ich so gedacht, dass das so aussieht wie vier so kleine Bilderrahmen. Da habe ich jetzt einmal das Wort Love und das Wort Hope ausgewählt. Und hier, Achtung, aufgepasst, wäre der nächste Buchstabe fürs Gewinnspiel. Wie gesagt, alle Informationen dazu unten in der Infobox. Und damit das nicht so ganz langweilig aussieht, habe ich anstelle des Os einen Knopf aufgebracht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte keine Os gehabt von diesen Holzbuchstaben. Ich hatte tatsächlich zwei. Aber das hat mich irgendwie zu langweilig ausgesehen. Habe ich gedacht, das könnte man doch so ein bisschen auffälliger machen. Und diesen Knopf anstelle des Os nehmen. Den habe ich zuerst einmal aufgeklebt. Und später habe ich den dann noch festgenäht. Und oben einfach so eine kleine Schleife dran gemacht. Sodass das ein bisschen auch so ein bisschen dreidimensional hochsteht. Und zugegebenermaßen, diese Knöpfe sind verhältnismäßig dick. Da muss man halt gucken, wo man das in seinem Drunk Journal unterbringt. Wenn man das in eine Tasche stecken will, sollte man die Tasche auch ein bisschen dicker machen, als man das vielleicht normalerweise täte. Aber ich finde das mal eine ganz schöne Alternative zu dem, was man sonst so auf seine Tags so drauf macht. Ich weiß nicht, benutzt ihr Knöpfe auf euren Tags? Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, wie oft ihr schon einen Knopf an einen Tag genäht habt. Also, ich kenne Leute, die machen das jedes Mal. Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, für die das etwas Neues ist. Würde mich freuen, wenn es eine neue Idee für den einen oder anderen ist. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei dieser Defemoremba-Reihe in irgendeiner Art und Weise mitmachen würdet. Ihr könnt zu Hause still und heimlich basteln, wenn ihr möchtet. Und eure Fotos posten, entweder auf Instagram, Facebook. Cool wäre natürlich in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Falls du ihn noch nicht kennst, kannst du da Mitglied werden und deine Fotos da posten. Wenn du das tust, egal wo, benutze doch bitte den Hashtag Defemoremba. Das würde mich sehr freuen, dann kann ich das leichter finden. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.